guten morgen ein neuer tag im paradies mann manne dauert ewig bis ich hier und schneiden das ist schon 39 dann habe ich nur noch eine stunde oder naja dann geht es mal draußen den schlauch wieder zusammen wollen keine ahnung wer den abgerollt hat und so schräg im weg gestellt hat sie mich auch nicht gut mann wieso geht damit nicht ich will auch nur 745 viertelstunde irgendwann mal anfangen krise krise an will nicht also ich importiere jetzt nur jetzt hat der kind sind jetzt alles normal alle auswählen jetzt alle hier unten rein hast du fast bis zum ende durch acht stunden 32 filmmaterial die letzten drei hat er noch nicht geladen die letzten zwei zwei stunden zeit ist echt wenig für acht und halb stunden filmmaterial ist zu wenig und 1 2 3 2 3 4 5 5 6 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Hallo. Hallo. Wer will denn? Ich habe das Fahrrad abholen. War gerissen? Das Lichter kaufelt nach hinten, war noch ab. Ja. Ja, das kann ich. Ja, das kann ich. Ja. So, hast du was. Mach es gut. Ja. Hier oder? Ja. ja dann wollen wir mal was wollen wir denn eigentlich ja ich mache kurz das video gleich hier zu beginn des tages weil die kann man jetzt einen rin bekommen das ist hier ein tretlager prototek 2 was offensichtlich nicht mehr so gut läuft müssen wir die trittkohle abschneiden nehmen wir mal die schraube raus hier diese verschraubung schön kette runter so oi 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 mann 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 wenn es anfängt zu wackeln bei den modellen hier dann sollte man aber auch aufhören mit fahren so hier ist jetzt eine richtige riefe entstanden eine richtige vertiefung auf der seite hier fast nichts ist und die kann ich nicht mehr einbauen die achse beziehungsweise die kettenrad garnitur ja dann weil ich sag mal so das ding ist ja fest fest miteinander verbunden also wollte eine neue shimano alfin kettner schade 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 da muss die gute frau mal anrufen gleich jetzt machen wir erstmal die lager aus weil die taugen hier gar nichts mehr die schlackern hier drin die kann man fast rausnehmen schaut mal wie die wackeln seht ihr selber warum man ja nicht sie sind abgelaufen tja gleich auf der seite dann schauen wir mal ob wir noch so ein ding da haben ne braucht der alfin vielleicht wer weiß ich habe leider nicht da ich hab noch von sram so eine omnium oder wie die heißt aber eine feinheit nicht da sollte ich die dame anrufen müssen wir hätte sagen müssen dass die kettenrad garnitur leider auch hin ist kettenrad garnitur mal gucken wann sie lieferbar ist dass wir gleich erstmal die gute dame anrufen muss man bescheid sagen das hat ein bisschen teurer wird als erwartet immer noch günstig familienzeit ja unser verschlupftes kind ist zu hause wie man sieht ja unser frühstück ist nicht immer nur so eine endlosschleife das du rein stellst ja ja es sind auch immer mal andere tage wir sind ja nur am essen das ist immer der gleiche tag momentiertag und unser Kind braucht neue Hosen das haben wir gerade festgestellt ja du glaubst ja immer nicht wenn ich sage die brauchen neue Sachen ja du kaufst ja auch nicht du kaufst ja Schminke und so ein Quatsch das war eine Creme die ich gekauft habe und der Rest waren Proben ja haha Proben für 70 Euro nein es waren die Creme hat 40 Euro gekostet aber die trage ich immer und ich habe mir eine Wimperntusche für 20 gekostet waren 60 Euro siehst du es war nicht nur eine Creme und der Rest waren Proben naja doch bist du Doktor Popp? auf alle Fälle Popp 100 Jahre Popp das die 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 Rollen an das sind nur zwei unsere kleinere Brett das die das die das die 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 das die 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 B O A R B O A R D ARD und ZDF A propos ARD und ZDF Hans Hans wollte auch im September nochmal kommen, oder? Jetzt bist du auch schon. Du warst doch schon der jene Nachbar da? Meinst du auch? Wann kommt denn Hans? Achso, weil eben gerade Hans gesagt hast. Ja, Hans gesagt wegen ARD und ZDF, weil die mögen die ihnen ja auch ganz doll. Wie ist doch diese Verkabelung am Gehirn da? Verkabelung, genau. Kabelfernsehen ist was anderes. Wir haben die Öffentlich-Rechtlichen im Gehirn. Da ist noch Hans. Was wollen denn die Leute immer für öffentlich? Wollen wir sie irgendwann mal wieder? ARRIVIDETS 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 HANS Das wird für immer ihre Synapse sein, wenn sie den Namen Hans hören. ARRIVIDETS ARRIVIDETS Was? Die Girl. Morgen können die Kinder wieder in die Schule arbeiten. Meinst du nicht? Du bist doch fit. Ich sage, morgen können sie wieder in die Schule arbeiten. Nein, die ist die ganze Zeit lang geschnitten. Was machen wir? Ich habe keinen Bock auf Stress. Mir ist das gleiche. Ich fahre morgen auch mal in die Schule arbeiten. Deine Mutter hat gesagt, sie hat keine Halsschmerzen mehr. Ich bin nicht dabei. Nein, wir wollen ehrliche Antworten haben. Du hast vorhin zu mir gesagt, du hast keine Halsschmerzen. Ja! Nicht mehr so doll. Nicht mehr so doll. Also wenn ich jetzt rede, nein. Aber wenn ich so mache oder niese, dann fuhre ich. Besser, oder? Und jetzt alles zusammen. A la videre, Schi-Hand. Das war der letzte Tanz. Ja, ja, A la videre, ja, A la videre. Willst du lieber Spanisch oder Technisches Werken? Technisches Werken. Hast du schon eine Halsschmerzen dafür? Nein, das haben wir. Handeln, die waren auch krank. Der Spanische ist ja gut eigentlich. Ja. Aber ich brauche Technisches Werken für meine Erfindung. für ihre Maschine, die sie bauen will. Hallo. Hi. Hi. Klingt jetzt nicht perfekt. Mose-Zeichen. Mose-Alphabet, ja. Mose-Alphabet, ja. Baby, check. SLS holt mich raus. 36 Grad. 36 Grad. Was ist das jetzt? 36 Grad. Es wird immer heiser. Lass ihn wie immer. Keine Ahnung. Oder ich werde heiser. Okay, ich gehe mal nach oben. Haben wir jetzt hier noch was essen von? Nee. Papa, hier liegt das Skateboard. Genau im Weg. Ich komme gleich nochmal. Weil du einkaufen musst. Bring mir auch eine Maske mit. Ich komme mit. Okay, ich sing euch erstmal die anderen Lieder vor. Bist du an? Ja. Schön. Das war der letzte Tanz. Das war der letzte Tanz. Der letzte Tanz. Das war der letzte Tanz. Ich würde aber noch nicht mehr sehen. Ha! Ah! Baby schack. 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 36 Grad, das nächste Lied war 36 Grad, es wird immer heißer, mach den Wied nie wieder leiser, 36 Grad, es wird immer heißer, mach den Wied nie wieder leiser, so und dann kommt Havana unana, yeah yeah, es ist ja die Lied in Havana, Havana unana, fertig. Ah, das war so genial, die Performance. Jetzt kann ich schwöne Blüte. Ohne Züge kann ich richtig gut gekreisen, aber ist kalt. Ja, kannst du. Kann ich mir meinen Züge fixen, oder? Ich nehme Rina. Benscher, das ist doch schön. lishmaschine. Fertig. nur fünf kinder nur fünf kinder ich bin auch eine Schwester und ein Bruder darauf hat man ja keinen Einfluss was kommt? ich glaube die kriegen dann wieder eine Schwester ich glaube auch aber ich glaube es ist langsam genug für Marlies genug Belastung Schwester sind süß du hast ganz viele und du bist gerade nicht sehr nett außer zu uns zu lernen ja das ist ja nicht nur wenn die mal klein sind die ist gerade auch noch so klein jemand ist halt auch ganz viel schutzbedürftig und ich ja das ist ein Rabauke hey Rabauke du bist ja auch so schutzbedürftig natürlich genau ich muss auf Blumen drauf passen ihr müsst auf Milch auf heißen genau auf dich muss alles drauf passen genau wieso? weil du gerade sehr komische Dinge machst schnupfi such mal lieber deine Protektoren sag mal du kannst doch nicht einfach oh es weg gut und schön und privat ok danke danke Mein Blatt ist ab. Okay. Was brauchen wir jetzt hier? Wir haben es ab. Das ist das Sondermaße. Ja, haben wir. Ich meine Brotding. Anouk? Hallo. Fält ihr meine Kunst? Glorisi, Glorisi. So viel Liebe. Ich geh von Glorisi. Sehr schön. Komm, Nuki. Wir gehen zu Rosmar. Ja, wir gehen zu Rosmar. Du hast sie aufgelenkt. Du hast sie aufgelenkt. Du hast den Lehrling aufgelenkt. Abgerostet. Abgerostet ist Aluminium. Er kann hier rosten. Anouk ist eingerostet. Ich muss noch meinen Keller setzen. Die brauchst du nun wirklich nicht. Ja, nur bei der Straße. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Liebe euch! So, haben wir das Wort für den Tenitan hier. Jetzt lösen wir mal hier aus diesem... es ist eine klemme hier diesen alten zug aus und sitzen die neuen da ein und der dennis wollte heute herkommen und er hat es nicht geschafft weil auf dem weg hier hat fahrradunfall was ist denn da los war ja er hoffentlich ist euch nicht passiert groß ja und dann jeder sind zusammengerasselt fahrradunfall kein ehrstreit ja wir schauen wir mal dass alle duty oder beziehungsweise das wie seine hand ist gebrochen man ja bei dennis schon fast sagen dann ist ja alle duty nicht dass da irgendetwas schlimmeres oder so ist ist aber auch ein kleiner ein unglücksrabe am wochenende dachte ich kurz vorbei bei dennis aber ich dachte mir dann auch andererseits wir waren ja wochenende unterwegs hatten wir ja besuch also anu hatte besuch und das wäre vielleicht für den für den besuch halt wahrscheinlich nicht gewesen was er wollte dass er dann auch nach hause also sie war ganz schön fertig so fällig als er bei uns war ist das anscheinend nicht gewohnt gewesen dass wir sind früh gestanden recht früh gestanden und sind halt los haben dann so unser programm abgespult da war noch ein bisschen spazieren also mehr oder weniger wandern ein bisschen in der mögelberge ein bisschen rumgelaufen und so haben halt so ein bisschen was gemacht das war dann zu viel aber dann noch zu dennis werden ich glaube das wäre nicht gewesen ja jetzt wollte heute herkommen nur hat er sich verletzt dann wieder hoch also die bessere mich bei ihnen auf alle fälle und dann aber schaut doch mal vorbei ist so nett immer und ich schaffe es ja mal nicht wir kommen auch mal vorbei auf alle fälle machen wir geloben alle besserung am besten ist ihr kommt zu uns und wir kommen im gleichen atemzug zu euch so dass wir uns auch wieder verpassen das wäre doch das beste wo ist eigentlich da und komme ich schon mal vorbei genauso das sind die schöne vogelscheißidee dran an der bremseide da classified am besten zack da ja ord abschnitt abschneiden abschnitt abschnitt jetzt versuche ich noch mal die gute dame anzurufen mal gucken wie schnell liefern können ja ist ja um nicht mal zu verdeutlichen die achse ist ja normalerweise plan heißt ja das plan da laufen genau die lagerschalen drauf auf dem stück zeige ich warum nicht mehr geht schaut mal da diese kleine röpze da 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 diese riefe die sieht man nimmt nur so genau an dieser stelle sitzt das lager genau hier läuft das lager drauf und wenn jetzt so ein bisschen dünner ist der nummer ist das nicht nur auf der seite soll dass nämlich auch auf der seite so hier das ist ein anderer fängt an zu wackeln ob das lager gutes oder nicht spielt dabei keine rolle entfängt dann an zu wackeln kann man nicht machen es hält vielleicht 100 kilometer oder rad und dann fängt es also trinkt schon an zu wackeln die ganze zeit kann man nicht machen geht einfach nicht pedalen abschrauben doch bei der engenheit und wird es so jetzt machen wir pause computer pause schneider pause wenn die nicht manipuliert aussehen dann sind wenn du den schlüssel reinstecken kannst und halb drehen dann sind sie es nicht okay okay die sind teuer sind die eigentlich hier auch in wachtdelsen oder wigs akkuflex ja das ist schon gut und nichts viele Dinge viele Dinge viele Dinge was ist die richtige mein budget ist lower okay wie hoch ist dein budget über 50 Euro 50? wirklich? 50 Euro 50 Euro 50 Euro 50 Euro das ist zu lang das ist zu lang das ist zu lang das ist zu lang aber du hast noch eine schöne vintagige vintagige Bikes das ist bei der ja aber also die 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 normalen die 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 Geht's ja irgendwann zum Museum. Hier, hier, hier. 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 Oh mein Gott, ich will sehen. Ja. Daneben. Scheiße. Wie soll das denn jetzt? Wie kannst du einen Moment hier gucken? Ich muss was essen. Ich kann nichts wieder essen. Willst du fahren? Ja. Okay, ich glaube, auf alle Fälle habe ich. Habe ich. Halt die Diskussion online. Ihr habt jetzt. Und ich bin mal gespannt, wie ihr reagiert. Oh, das ist doch blöde, Tommi. Meine Meinung ist die. Ich bin nicht blöde, weil jemand noch eine Meinung hat. Aber ich bin mal gespannt. Die lädt er jetzt gerade erst hoch. Vielleicht ist sie jetzt auch schon fertig. Dann gibt's die ersten Kommentare. So richtig. Eventuell. Oder eben. Die Community ist okay. Und akzeptiert. Oder beredet mal. Ich hätte gerne Livestream zu dem Thema. Tatsächlich auch mal. Oder so. Ich hätte das ja auch. Dass man so ein bisschen reden kann. Naja, wie auch immer. Jetzt habe ich das Rad hier. Habe ich nicht zu bereden außer Sattel. Es ist die Ladewurst. Das kenne ich. Das ist doch zum Häusen. Das ist doch nicht zu einem. Hast du irgendwas Spitzes? Eine Lade, wenn ich so eingeschränke? Ja, die Ladewurst. Das kenne ich. Das ist doch zum Häusen, ey. Auf Wiedersehen. Pflegestufe 4 und Pflegestufe 5 treffen sich bei Tommi im Laden, sagt Pflegestufe 4 zu Pflegestufe 5, du bist nicht, Pflegestufe 5. Welche bin ich? Ja, du bist, ja, ich sag dir, Pflegestufe, aber was soll man machen, das ist halt so, dafür ist der Laden hier, wir haben hier alle Kassen und Tema. Ey, du brauchst so ein Kartenlesegerät irgendwie. Ja, 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 genau so, wenn es eine Tarnung ist, scheiße, ja. Oh Mensch, ey, hier darf ich mich, ich muss mich hier auch mal kurz... Ja, warte mal, man muss ja mal vorher erstmal alles entkabeln, ja. Ja, ich guck mal, auf die Beobachtungsposition. Wird ihr denn hier mehr angucken? Ne, das wird auch keiner sehen, ey. Ich weiß aber nicht, warum die ganzen Hobby... Das ist so, wie auf der Autobahn ein Unfall passiert. Irgendwann ganz schrecklich hinten. Alle fahren langsam und gucken. Das ist der gleiche hier. Es gibt einen scheiß Autobahnunfall da vorne, wenn die da alle stehen, ja, und alle... Ich guck mal her, komm, gucken, wie das hier... Ja, ja, so schlimm ist es vielleicht. Vielleicht nicht, aber... Ich habe die D40 in so einem Kanister, habe ich auch noch nicht gesehen. Ja, ich... Ich glaube, ihr habt ja mal diese kleinen Scheiß-Packungen da zu kaufen von... Ja. Von hier direkt hoch. Oh, wenn auch ein bisschen was. Hm. Wo soll die Nadel hin? Fach 13, Schublade 4. Hier. Hier, hier. Frankfurt am Bahnhof. Na ja, Nadel, Frankfurter Applaus. Ja, ich weiß schon, ich weiß schon. Ich bin nicht ganz so dumm. Ich tue. Ja, schönen Abend noch. Schwalzfleisch und jetzt verpisst sie endlich. Ja, mach ich. Ja, wir sehen uns. Und wir nicht. Hä? Wir sehen uns und wir nicht. Sorry. Wir sehen uns. Wir sehen uns. Wir sehen uns. Das ist kein Scherz. Das ist kein Scherz. Nein. Das ist kein Scherz. Das ist kein Scherz. Ja, er wirkt doch echt. Ja. Wir haben nur gefragt, seine Lebensgeschichte. Na ja, gut. Das ist ja einzelkommensgeschenk an. Alle? Von allen, die hierherkommen. Kriegt jeder erstmal rausgedrückt? Ja. Nein. Wurde ich jetzt echt Strom, um zu schalten hier bei dem Ding, Alter? Den schalte ich, wenn man nur mit Strom schalten kann, oder wie? Was sich das denn ärgern, wenn du es eh verkaufen willst? Ja, weil mich da natürlich wurmt. Weil ich natürlich noch nie so einen Hebel in der Hand hatte. Ja. Weil die einfach viel zu teuer sind. Ja. Und wenn sowas so viel Geld kostet, dann möchte man noch einen Schaltzug tauschen können. Auch wenn man den so in der Hand hat. Nee, das ist ja gerade so gedacht, dass das einfach dann nur... Ja, aber das kann es nicht sein. Das ist das einfach nicht. Das ist keine Ausrede. Nicht bei dem Geld. Bei dem Geld musst du das flutschi-butschi machen. Und das war das. Na, fahr mal Probe, du. Blumen. Ja. Ja, Schiff. Ja, Leise. Na warte, ist das tut, oder ist das scheiße? Na ja, aber kannst du ja mal pflanzen. Das ist geil jetzt. Aber der Tag geragt, das ist nicht ganz gerade. Ja, aber die Reparatur, die Handfest ist natürlich okay in der Lösung. So. Lass mein Ding. Das ist Stahl, das Eisen ist schwer. Kann man das nicht hier heranschweißen? Ja, kann man. Ja, kann man. Das ist ja ab. Immer gut ab. Ja, guck mal. Einmal ringsrum hier. Ja. Cool. Reicht das? Ja. 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 Du musst aufpassen. Das ist eine ganz unangenehme Frau. Du musst aufpassen. Du musst aufpassen. Ja. Du musst aufpassen. Ja. 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 Jetzt wird es gleich wieder ganz schrecklich. Hat wieder den Eintrag. Hat sie. dass ich in die Karte und die Karte gucke. Steht da das eigentlich so. Achtung. Achtung. Hoxgang. Fototun. Der Fototun. Der Fototun. Die Fototun. Hier ist die Haltung. Willst du die haben? Treizern schauen. Ach nichts. Nein. Hier nehme ich auch. Oh nee. Die ist verbogen gewesen. Ja. Es ist doch wieder alles nichts hier. Ja. Du. Nele. Der gräbt da rum, das ist total verheben, so hat man vergeben, so hat man vergeben, dann geht ja auch nicht. Das ist vergebens. Das ist vergebens. Das ist ein Kijani. Floppy Opie. 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 Da ist ein bisschen Schwamm da, ist da halt rausgeschwitzt. Ist das Lager jetzt tot oder? Ja, das Lager ist jetzt trocken wahrscheinlich. Ja, hoffentlich nicht. Tolle Wurst. Aber das ist definitiv fest. Das ist cool, Alter, kann er echt. Das geht nicht mehr locker, du. Du bist auf alle Fälle Bratekönig 2020. Ja, na ja, ist fest. Ich hab's ja gesagt, kann er sich abschminken, der Rutschur, oder? Ich krieg's hin. Ja, ach so, wegen den Schalen. Ja, Plastik war da nicht drin, oder? Ne, Plastik darf ja nicht drin eben sein. Na ne, natürlich war ja neu. Ach so. Da bräuchst du schon drauf, wa? Ja, ne? Pitlock. Diebstahl sicher. Ja komm, abziehen auf alle Fälle nochmal. Abziehen und nochmal nachbrennen. Mal richtig. Scheiße. Ich hab's ja bezahlt. Ich hab's ja bezahlt. Bezahlt der das auch? Hier ist ein Ein- und Ausbau. Ne. Hey. Das machen wir mal hier. Das ist eine Nullnummer. Das ist eine Nullwolle ist. Lernnummer. Genau, das ist eine experimentelle, experimentelle Nummer, ey. Ich schwör nochmal, ey. Ich find die YouTube-Seigen. So ein ausgelutschte Teil hab ich echt schon lange nicht mehr gesehen. Das ist ein Lutscher. Ein bisschen mehr heilsflüssig geworden auf jeden Fall. Ich mach das ja sonst nicht. Anderes. Oh, ist das ein schöner... Kurbelabzieher. Kurbelabzieher. Parktools. Parktools. Oh, Werbung. Ups. Ich muss nämlich eins machen. Jetzt müssen wir einen neuen schicken. Ja. Dann schicken wir einen neuen. Schicken wir einen neuen schicken. Parktools. Everybody takes Parkstools. Parking. Parking space. Locker like this. Like this shit. Oh, we have to burn it. No, we have to... Drill it in. Lift Loctite. Drill it in very hard. Very bad. Like... Bad Zimsen. Where is a hard... Where is a hard Driller? Where... Where is the ankle? Driller, Vanilla, Vanilla, Corolla? Ein bisschen was abflexen. Wie wär's? Reverse. Reverse mit der Casio Makita. Okay, jetzt noch eine Schraubzwinge. Wo ist die Schraubzwinge? Na, wenn ich das jetzt abbrösel? Oh, 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 oh! Mit der Kraft der Mann. Läuft doch. Halbwegs. Hey, jetzt darf sich das nicht mehr lösen, du. Jetzt darf nichts mehr passieren, du. Jetzt darf nichts mehr passieren, ich fand. Woll doch mal. ein millimeter noch ein millimeter in zeit da ist noch warm ist noch warm ist noch ein bisschen also vorsichtig oh das mehr als millimeter alter ich geknatscht die fresse halten und dann die schwester die schwester sie erst durch von den parktools ich hab voll drauf gehalten schneller ding der winkel ist krass wenn ich ja mit nur festziehen das haben wir ja gemerkt hat sich jetzt schon gelockert ach so deswegen hätte es einfach sich schon oft wehtan bei anziehen oder einfach einmal sicher anziehen du machst auch mal gerne richtig fest hat er echt geschafft schon ein bisschen kunstwerk auch das ist auch kunst also ich mache mir auch mühe voll geschwitzt habe ich guck dir das an hier von der poste lampe dafür auch heiß wird das auch wenn man das in einem strich macht dann ja dann brutzelt einfach mal weg und zerfließt das lager luft das hier einmal und dann wartet ja alle cool aber fährt bisher damit gefahren ja genau mit den fahren mit dem schweißen ha 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 der war nicht schlecht da war ja warum hast du bloß der dratt abgerufen echt noch eine jammer nummer hätte ich das gewusst hätte ich es eingelassen die 100 euro geschenkt das ist ja ein riss dieser moment man sieht dass dort ein riss ist wo man gerade geschweißt hat was denn die geschweißt du hast ein riss und trittlager wir müssen noch mehr schweißen alter ist das genial rad ausbauen das wird eine komplette schweißnummer hier hey warum machst du den trittlager nicht vorher sauber das ist das leise also versuch riss da drüben im rahmen der rahmen ist gerissen aber sowas von gebissen ist ein riss oder eindeutig richtig auf den zahn füllen ja die daneben erwischt ne 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 die daneben kannst du vergessen fette setzen den kann er ja ja die drahtbürste keine ahnung der ist bestimmt aus die nummer 7 hast du ja noch irgendwo Risse hier das Ding scheiße na gut jetzt ist wohl nach feierabend ja gut da könnt ihr nochmal rüberschweißen ja ich zieh das Ding nochmal ab hier die Kugel ich wollte sie mal an Schweißer reden was ja wie flex das ist hier da ist nischt flex wheeler hier das müsstest du jetzt ja man sieht die bewegung da richtig naja kannst du vergessen das Ding was hier macht ja ne chakunette roti jetty heißt das ja ja hauptsache wenn die Kabel ist noch gerade ja ey auf alter du sagst du mal da fällt das Ding auseinander oder was du fällen die falten die beiden scheiden so raus plopp was ist das denn noch hier vorne da kommt das her was ist das für ein Loch entlüftung halt na gut mit dieser horrormeldung vom defekten Rad verabschieden wir uns ja aus dem Fahrradsalon und wünschen euch allen eine gute Nacht bis morgen tschau ja wegen Matrix und so was sagst du man krass krass